So Freunde! Letztes Video wahrscheinlich von mir dieses Jahr. Und zwar Shadow Warrior. Etwas ähnliches wie Duke Nukem. Ich bin sehr gespannt. Tiny Grasshopper erstmal. You are Tiny Glasshopper! So. Ich glaube wir gleich attackiert. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. An dem Ohr wahrscheinlich erstmal nichts. What the fuck ey? No second. So. Fast one down. Shot shells. Zieh clip? Das schon mal nicht schlecht. Sorry. Need a Gold Key. Wo zieh clip? Nochmal. Shurikens. Das sind glaube ich die Kauern. So. Nochmal Geld. So was ich wie gesagt habe kein... Das ist nur angewärm und drauf springt. Gut, das ist aber schon mal ein Bezieh. Das ist schon mal gut. Das ist aber schon mal gut. Das ist jetzt mal so behaupten. Ich glaube ich konnte hier hoch. Genau. Sehr gut. Be proud, Mr. Wu. So. Episch. So was haben wir hier? So was haben wir hier? Die Silber Key. Auf jeden Fall haben jetzt die Gold Key wird draußen. Wo soll ich das singen? Wo ist das Pfeffer der… Wieso kann ich denn echt dieses… Ich mag das schalte. …ich auswählen direkt. Ist ja dumm. Na gut. So, hier scheint es nichts weiter zu geben. Es bringt nichts. Gut, ich sollte vielleicht nicht meine ganze Munition hier verbannern. So ein dummer Affe. So. Ich denke, hier haben wir nichts mehr als zu finden. Das war ganz schön heftig. So. Tja, man hätte auch einfach hier reingehen können. Lustig. So. So. Da gehen wir mal lieber nicht rein, glaube ich. Na gut. Ich werde doch eigentlich hier... Das hier gut. Gut. So. Nur noch Bows. Ich liebe den Shuriken. also wir haben jetzt nicht mehr viel ammo ich glaube wir gucken lieber noch mal hier dort haben wir uns noch den Uzi-Clip, sehr gut so, ok, wir haben alles hier noch ein Uzi-Clip, sehr gut so theoretisch kann ich doch aber auch einzeln nehmen ne, kann ich nicht, ok guck mal hier um die Ecke ist ja lustig, was ist das? ist wie so eine Autobahn Silber-Silber-Key damit hat's doch bestimmt irgendwas auf sich stimmt, hier waren wir nämlich noch nicht doch Flashbar, Armourvest, sehr gut, so was haben wir hier jetzt? Irgendwas schwackt hier ist ja eigenartig, so ok so, was haben wir hier jetzt? die Bombe ist nicht schlecht Medikit ich denke hier haben wir alles dann wollen wir mal schauen, hier ah sehr schön genau, ein bisschen lang schauen wir uns also auch gibt's gar nichts da ist man glaube ich wieder hier hoch, ne? ja so dann hätten wir wahrscheinlich hier alles geklärt, gucken wir mal hier rein nochmal hier waren wir glaube ich, ich habe noch nicht alles geguckt, glaubt auf jeden Fall höre ich da schon Kaiser hm 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 Oh! Äh! Hm! Was soll ich denn jetzt holen? Ah, das hier hinten ist die Fermi-Dienung, oder was? Zurück erst mal. Scheiße, ey. Das ist ja ein Ding. Jetzt habe ich es geschenkt, ey. Das war, glaube ich, was hier? Nee. Das war hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Müsste passen. Müsste passen. Schnell hoch. Äh... Hier. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Und jetzt haben wir es hier. Schnell. Ach! Ach! Ha! Genial! Aha! Ist das natürlich Dark jetzt da also aus? Nicht schlecht. Leidisch. Oh shit. Mm! Mm! BOLSAY! Why is that sick? No way. Das ist also das Geräusch von dem Scheiß. Ist ja lustig. So, jetzt müssen wir gucken. Oh! Was war denn das? Oh. Das ist ein automatisches, komisches Teil. I love the Shurken! Das geht gar nichts. Scheinbar nicht der richtige Weg. Was ist denn das da eigentlich für ein Schalter? Ah. Komisch. Vielleicht muss ich aber da lang. Wie soll denn das gehen? Was? Was war das? Was? Oh, okay. Ich glaube, das war 5.1. Ach, es wird da reingedammelt wie ein Film. Oh, drei Freunde. Bis demnächst.